Ich könnte Most Wanted annehmen und dann schauen, wer uns jagt. Klingt vernünftig. Das ist so verlockend, ne? Ja, schon. 2600 pro Spieler. Wenn wir das schaffen. Trau dich. Ich soll euch betrauen? Ja. Okay. Nice. Und los! Schnell ins Auto. Ja, da wurde gerätzt. Die können wir fighten, wenn ihr Bock habt. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Klar, wir haben doch nur einen Mark auf unserem Kopf. Ja, aber zwei Mann retzt. Also es sind nur zwei. Fight? Oh, die haben einen Fight. Die haben einen Fight. Die haben einen Fight. Ah! Nice. Ich habe gerade Heidewitzkas Leben gerettet. Nice. Nice. Jemand hat sich gerätzt und dir in den Rücken geschossen. Frechert. Ja, schöne erste Minute. Gucken wir hier. Oh, da kommen noch welche rüber, oder? Oh, das sind aber viele. Und da auch. Was wollen wir machen? Orange, oder? Was sind die? Hast du ein bisschen Geld abdrücken, wie viel? Lass es dir pushen, Jungs, oder? Ich würde die drüben machen, oder? Oder Orange, was die lieber wollte. Ja, geht's, komm. Go, 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 go. Ich habe es gedroppt, hier. Thanks. Schaut mal her, die gehen alle in die Feuerwehr, Full Team. Die sehen halt den Mitch über den Fernseher. Aber ich treffe nichts mehr. Das ist ja ein Bedenken, ne? Sehen den Mitch. Ja, deswegen halten wir den Abstand von ihm. Ja. Anders. Unten drin, Orange. Komm, knockt. Oben drauf. Sollen wir hin? Ich gehe hin. Ich bin schon in der Feuerwehr. Ich gehe zu Orange, da ist ein Knock. Auto, 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 die fahren weg. Oh, nicht jetzt. Keine Ammo. Keine Ammo. Oh, auf dem Dach, einer. Haben, haben, haben. Oh, auf dem Dach, oben, auf dem Dach, oben, auf dem Dach, oben, auf dem Dach, oben, auf dem Dach, immer noch, immer noch auf dem Dach. Oh mein Gott. Oh, nee. Ich wurde von ganz woanders gekillt. Fünf, fünfmal. Habt ihr den, der mich gekillt hat? Der war hier auf dem Dach am Dach. Rätzen? Nö, den habe ich nicht. Ja, auf dem Dach habe ich. Hier ist noch jemand auf dem Dach. Hier, der Orange. Der Orange. Ah, der ist noch da? Der hat mich gekillt. Ey, ich sehe da keiner auf dem Dach. Haben, Knock, haben, Knock. Ja, down. Schön. Okay, dann retzen. Nein, 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 der Witzkrieg. Boah, ist ja auch nicht, das Auto. Alter, im Tower sitzen schon wieder Wichser. Echt? Hm. Äh, wir gehen jetzt mit seinen Loot. Efe, willst du mit? Ja, ich habe nur kurz hier umgekillt. Boah, sehr wichtig. Ja. Ja, okay, der Wulb ist ein Lodi hier. Open field. Hast du den Gegner? Geht hin. Fall, 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 fall. Da ist er, lockt. Go, go, go. Hab ich getötet? Hab ich getötet. Er hat ihn eh getötet, ja. Aufpassen jetzt, ne? Wir sind jetzt sehr offen. Die looten gerade ihr AirDrop hier. Die looten ihr AirDrop. Die looten ihr AirDrop. Äh. Was denn? Wo denn? Wo bin ich markiert hab? Cool. So, dort hinten. Wen? Haben wir noch ne Drohne an denen? Ne, ne? Ne. Das ist ein Nock. Brauch, brauch mal jetzt. Ich hab einen Nock. In der Halle ist noch einer da. Ich hab ein Nock. Ich geh da rüber. Die sind aber im Fight, ne? Ja, die sind im Fight. Der verpisst sich. Der verpisst sich. Hier. Es sind zwei. Er geht hier rein. Ja. Ja. Was sagt ihr? In die Beide rein? In die Halle. Ich bin jetzt so groß. Ah nein, ich sterbe hier. Er hat nix mehr. Hier drinnen. Ja, Herbie. Nice. Hier ist auch einer dran, ne? Bei Lila? Genau. Danke. Okay. Okay, interessant. Ähm, er langt der Halle. Ein, 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 ab. Zwei. Zwei. Hä? Hä? Der ist doch close! Ja, hier hinter der Halle, orange. Der ist jetzt im Haus hier drinnen, orange. Immer rein. Klar. 25. Haben. Okay, keinem mehr rein. Ich glaub, der jagt mich und ich jag ihn. Muss sein. Ich geh mal hier hoch. Hier hoch ist einer! Alter. Ich dachte, du hast dich selbst geflasht. Oh Gott. Man, ist der hier oben? Haben, haben, haben. Ah, Abfahrt. Ich kapiere den Sound, nicht in dem Spiel. Der, der Heidi used die gebackte Waffe. Das, wenn ihr den Sound hört, das ist Heidi's Sinn. Ach. Und was ist dann, was ist da falsch mit der Waffe? Dann macht das Sinn. Er ist ein Bug. Ich hab ja den Selbst mit der Heidi. Ja, was ist genau der Bug? Wenn er schießt, hörst du genau den gleichen Sound, wie er es hört. Ich dachte mir schon, bei mir ist ein Gegner auf mir drauf. Oh Gott. Hör auf damit. Das ist ja ein Blutdruck. Das ist ja ein Blutdruck. Da ist einer gelandet am Dach. Okay. Also, Police ist auf jeden Fall auch ein Ziel. Keine Armor. Wo ist die Police? Knopf. Knopf. Oh Gott. Was ist das denn? Das ist eine Waffe. Das ist eine heftige Waffe. Gehen wir dahin? Ja. Neben dem Panzer. Knopf. Knopf. Alter, ich bin so schlecht. Ich bin die Amor zerschossen. Ich gehe da hoch. Ist gerade rein bei euch. Ich gehe unter der Etage bei euch. Schick mir nichts mehr rein. Der wurde gerätzt. Hier. Auf Green? Ja. Also, der schafft, wo wir herkamen. Hier. Warte mal. Schickbrack. Halt, das ist eine andere Richtung. Der ist lila. 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 Lila ist doch das neue Green. Ja. Oben. Jetzt kommt. Nein, daneben. Keine Amor hat er. Ah. Das ist aber auch so ein Ding. Man sieht nur den Kopf. Und nur Armour bleibt. Oh. Ihr seid ja schon da. Ja. Ich höre hier Steps ganz viele. Die sind bei mir. Oder ist es Heidewitzka? Heide ist oben. Heide ist am Dach. Einer noch. Oh, es war nur der. Äh. Ey. Ich weiß nicht, das sind viele. Einer. Ich glaube, hier drüben ist noch was jetzt. Efi wolltest dramatisch machen. Oder Efi? Ich habe nie gesagt, das sind viele. Ich wusste es ja gar nicht. Doch, du hast gesagt, das sind viele. Viele Steps. Ja, Heidewitzka war auch dabei. Alles gut. Das war halt witzig. Ja. Oh, au, oh. Von, äh. Südwesten. Südwesten. Ingo da. Orange. Oh. Hopp, ja, ach ja, genau. Heidi holen. Die sind beides. Kann ich mit hier, wo ich like sie. Ähm, Pets. Die haben das echt gebeamt, die Jungs da hinten, na? Ja, wie konnte denn? Wo sind die denn? Einer snobbt. Wo denn? Ähm, ähm, Airport. Airport. Aber die können keine Sicht auf uns haben. Aber müssen die rufen? Hier unten war doch noch einer. Lilla. Da sind zwei unten, na? Muss aufpassen. Eine Shit-Breck. Ich seh nichts. Eine ist auf dem Dach und eine ist zweite Etage. Lilla. Die haben, die beiden haben das bessere Haus. Ja, ich bin mal spürt. Oh. Ja. Wo schnappert? Ja. Gesneept wurde ich. Ihr seid auf jeden Fall alleine. Was ist die Spannung? Ja, ihr seid nicht alleine. Ihr seid 30 Meter neben uns. Alles gut. Bis wir da oben sind. Ja, ihr müsst ja nicht da oben. Ja? Die sind 30 Meter voneinander getrennt. Nee, ich sag mal. So, plattende sind alle. Okay, da hinten sind, Lu. Ich glaube ich... Ich bin nicht Trottel hier. Ich wechsle jetzt das Haus. Ich bleib hier nicht. Warte, der ist drüben schon. Okay. Aber das ist auch das andere Team. Das müssen wir echt aufpassen. Das sind sehr viele Teams. Und drüben ein... Über Airpods ist auch eine, ne? Ich muss mal in einer Minute eh wieder rupferfuntern. Ja. Deswegen mach ich das hier. Die wurden gerade hart genommen. Mehrere. Okay, wo sind die? Wupp, Schadenschütze gewählt. Habt ihr noch Platten zufällig? Ja. Du kommst, gib ich dir. So ein mal Shop. Bräuchte auch einmal noch. Wir müssen eh gleich rupfen. Aber dieser Shop ist richtig kacke. Da auch noch. Okay. Osten, Osten, Osten. Ich, äh, witz. Was hat's? Was hat's? Was hat's? Was hat's? Ich, äh, lass es's move. Das ist move. Das wird too late. Zu zu Lila? Brauchst du noch Platten, Herr Diwitzka? Ja, ich hol dir jetzt erstmal. Er hat schon Platten. Ich geh runter jetzt. Der wird durchgezogen. Dass wir den Shop benutzen und safe rotieren können. Das sagt ihr. Weil ihr wisst ja, links an dir müssten welche sein, achte. Ja, welcher Shop? Ich sehe kein Atem. Das ist halt irgendwo was vor uns, Orkano. Was willst du da kaufen? Was ist das für mich? Die müssen, bei den Silos. In Silos? Ich sehe sie nicht mehr. Oh, oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, fuck. Bei euch, bei den... Ich seh nicht, ich seh nicht. Einer knocked, 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 knocked. Du hast einen noch? Der Life-Marg ist knocked. Nice, danke. Zum hingehen? Oder, oh, da ist noch welche. Hier, hinter Orange. Die kommen vom Zonenrand. Ich hab auch einen Knock gerade von denen. Oh, auf und da? Ja, da. Ich bin weg. Blue, blue, blue. Achtet, müssen die weg. Hab hier einen. Noch einer. Team, äh, Wipe. Auf Blue ist halt noch einer im Haus drin. Ich glaub, die sind jetzt nach rechts gelaufen. Richtung Hamster. Hier. 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 Um Hamster. Neun Meter. Obere. Obere Etage war der. Der ist direkt über mir. Der ist direkt über mir. Direkt über dir? Ja. Ja, ja. Aber das waren zwei Teams, die da rüber kamen. Zwei Leute. Zwei Leute. Das geht nicht. Ich kann nicht. Okay, war es hier? Komm, wenn ich eine Leute? Oh, sechs Meter. Da sind welche? Einer ist. Bleibt unter euch. Außer Schock. Sechs Meter Marpit. Okay. Aber es waren zwei, du hast nur einen. Einer ist hier drüben noch auf Blue. Wir müssen. Fünfze Meter Feuerwehr. Unter, oh ja. In der Luft war der, ja. Oh, Tor. Das war noch nicht der, Heidi hat mich immer wieder. Lol. Oh, fuck. Oh. Ich hab noch ein Habit Heidi für Feuerwehr. Hier ist glaub keiner, oder? Ja. Zwei, drei, drei. Oh, drei, drei. Oh, fuck. So close. Schön. No. Einen hatte Heidi. Knock. Nice. Oh my god. Hier ist einer. Rock. Blue. Blue, blue, blue. Wo ist Blue? Bei den weißen Containern. Daher genackt. Wo hast du den Typen, den du genockt hast? Ach, da vorne. Okay. Weißen Container. Hast du auch keinen Kontakt? Heidi, Whisko? Hm. Ja, doch. Heidi hat jetzt Kontakt mit Blue. Was denn? Ja, ja, ja. Das sind drei Leute gegenüber, die snipen auf uns. Okay, wir haben ein sehr starkes Problem. Wir müssen ausweichen. Wir müssen rechts rumgehen. Wir müssen nach rechts gehen. Andere Seite schießt auch schon nach euch. Ja. Drei Leute snipen hier rein. Laufen, 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 laufen. Da ist gut nach hinten, ja. Weit ausweichen. Weit ausweichen. Au, natürlich trifft er mich. Fuck you. Nein, die Zeit reicht nicht mehr. Scheiße. Alles gut, ihr macht das, ihr macht das. Auto fährt links von euch. Scheiße. Ausgestiegen, ausgestiegen links von euch. Ach komm, die Sniper. Oder der ist gestorben. Kann auch sein, dass er gestorben ist. Vielleicht ist er gestorben. Ja, ist wahrscheinlich gestorben. Die wollen uns unbedingt. Ich weiß irgendwas. Die snipen aber auch heftig. Scheiße. Mach das. Wir bitten nicht. Fuck. Zu viele. Viel zu viele. Ah, holy shit. Lass mich in Ruhe. Schön. Kann ich retten? Nein, 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 kannst du nicht. Oh. Wo denn? Ah. Wer rechts stand hier? Ich hab mir hier oben. Ach, der war neben uns. Ach. Da läuft einer links von dir. Keine Höhe. Hä, habe ich nicht 8000 gehabt? Ich hab hier oben, Leute. Was soll denn das? Das ist vorbei. Ist abgelaufen. Hä? Schule auch? Oben am Essen? An unten. Oh Mann, mindestens. Oh, das mag ich. Efi, Mädchen! Nein. Schade. Schade, wirklich. Das sah auch richtig gut aus. Ja. Aber ich mag das, wenn man nicht stehen bleiben kann. Das finde ich immer am coolsten. Das ist ein tretner. Das ist ellen. Das ist ein tretner. Das ist ein punkt. uerk uns so sehr, was sie sieht.